So Freunde, die Islandreise ging weiter, wir sind erstmal zu einem Vulkan gefahren. Achtung, hier nicht im weißen Rauch stehen, der stinkt nämlich extrem nach faulen Eiern. Dann hochgewandert, in die heiße Quelle gelegt, das war wirklich schön. Dann war mir langweilig, also Rampe bauen, Paf, Batsch! Über sowas freuen sich vor allem die anderen. Dann sind wir reiten gegangen. Ich bin einfach der geborene Reiter und finde auch, ich sehe hier aus wie Winnetou, da dann eher nicht mehr so. Aber egal, ich hatte mein Pferd bestens im Griff, wie man hier sehen kann, bin ich auch eine Art Pferdeflüsterer. Jetzt ein bisschen Faxen machen. Oh mein Gott, was war denn da los? Und dann abends, Leute, sind wir raus und auf einmal haben wir das gesehen. Die Nordlichter und zwar so hell. Wir hatten einfach Riesenglück an dem Tag. Man muss ehrlich sagen, auf der Kamera ist es noch etwas heller, aber es war wunderschön.